Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal. Wir sind hier in Simotrans. Hier fährt der Zug, der letztes Mal entdeckt worden war. Oh, wer ist der? Das war wieder mein Problem. Gut, wir sind auf jeden Fall mit dem Zug hier unterwegs, den wir letztes Mal entdeckt haben, der 862 hier jetzt miese fährt. Aber da war auch ne Kilometerwechsel, 4. Juli. Vielleicht lag es daran, dass der dann auch die vielen miese eingefahren hat. Gut, wir haben aber auch andere Ziele. Wir werden auf der Karte, könnt ihr das sehen, wir haben ja hier schon überall Zug und so weiter verbunden. Hier waren wir auch schon mit Zügen unterwegs. Hier und hier brauchen wir nicht. Das heißt, hier unten könnten wir jetzt mal weitermachen, bevor wir die große Insel nehmen. Ihr schaut das Logo, dann gehen wir auf Großbildschirm. So, dann können wir die Karte hier schließen und wir schauen, wie wir hier... Nicht, wer ist die drücken, ne? Ich will schon wieder wahrscheinlich... Ne, die Lupe ist noch an. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Wir haben hier unten... Oh, hier wird auch schon ausgebaut. Wir haben hier zwei Städtchen, ne? Das nächste Städtchen ist da. Könnten wir über diese Kirche vielleicht anschließen, oder? Gibt es hier links noch irgendwas? Wenn da nämlich noch eine Burg ist, dann müsste man schauen, dass man da lag. Ne, da ist aber nichts, oder? Oh doch, ganz am Ende. Aber ne, okay, da fahren wir aber nicht hin. Das ist zu weit. Ja, da oben ist auch noch ne, okay. Das heißt, wir fahren so, 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 so. Hier lang. Und hier lang, da machen wir einen Halt, da fährt eine Kutsche hin und her und fahren dann nach Görlitz, denke ich. Und zum Bahnhof vielleicht auch noch. Mal schauen, wie wir das... Oder wir machen nur Bahnhof. Ne, wir machen hier die Schleife rum, glaube ich. Oder? Mal schauen. Wir fangen unten an. Hier fangen wir an. Dann können wir hier wunderbar einen Bahnhof langziehen, äh, Bahnstrecke langziehen. Dann müssen wir hier schon, okay, dann fangen wir oben rum rein, denke ich. Machen das hier mal so. Und von da machen wir nach da. Und... Aber wir wollen dann in der Kirche hin. Nein, wir nehmen die Kirche nicht mit, ich bleib weg. Hier bei der Burg fahren wir aber vorbei. Dann kommen auch hier vorbei. Das müssen wir aber gerade verbinden. Ah, hier ist jetzt weit weg, ne? Ah, da. Geht das da hin? Geht da hin? Ja, kann man so lassen. Hier oben sind wir wahrscheinlich wieder nicht angeschlossen, ne? Kann ich das in Wasser enden lassen, ja. So, das hat funktioniert. Hier auch. Bei der Burg haben wir gesagt, fahren wir hier nur vorbei. Kommen hier rüber. Hat er wieder nicht verbunden hier, ne? Auch sehr schön. Und kommen hier raus, ne? So, das passt alles. Und warten dann am überlegen, ob wir hier tatsächlich lang fahren. Ja, machen wir. Machen wir mal. Machen wir mal so. So. So, dann brauchen wir mal Bahnsteig. Da. Hier. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich nicht irgendwas hier oben über den Bahnstein falsch gemacht habe. Das ist einer, das ist einer. Na ja, alles richtig. Hier unten ist auch richtig. Hier bei der Burg können wir auch machen. Die Pferde melden sich. Die haben wahrscheinlich Hunger. Da haben wir einen Bahnhof. Und da haben wir auch einen Bahnhof. Passt. Lockschuppen. Machen wir hier irgendwo hin, ne? Machen wir es gleich so. Und den Lockschuppen da hin. Dann passt das. Wir können, glaube ich, hier schließen. Und lassen einen Zug fahren. Den. Mit dem Anhänger. Eine längere Strecke. Aber vielleicht nicht da unten. Der hat 60 Passagiere. Dann nehmen wir hier auch. Machen Fahrplan. Machen an eigener Linie. Und. Oh, jetzt wird's ernst. Regionalzug. Ne, noch da müssen wir. Oh, da war der Buchstabe schon falsch. Nach. Dülmen. Und dann. Dülmen fahren wir. Nach. Lörrach. Von Lörrach geht's dann nach. Oh, Lörrach-Burg ist das. Okay. Na komm, dann kriegen wir da noch. Die Burg hinter. Dann da nach Lörrach. Und von Lörrach fahren wir nach. Görlitz. Görlitz. Burg. Görlitz. Und. Machen wir da einfach Hafen. Schuss. Dann halten wir da an. Da an. Fahren da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Und da lang. Und da lang. Dann wieder zurück nach da. 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 Dort. Dort. Und wieder zum Hafen. Oh, 20. Juli. Ist da nicht Hafen. Aber egal. Das war das, was wir haben wollten. Und können das beenden. Eigener Fahrplan haben wir erledigt glaube ich dann. Der wird jetzt hier natürlich nicht aufgelegt. Aber hier ist er. Und wir starten mit dem Zug. So, was macht er hier? Oh, er fährt jetzt gerade Plus ein. Und wir haben 17. Juli. Okay. Das funktioniert wohl. Jetzt ist die Frage, wo der Zug als erstes hinfährt vom Bahnhof. Okay. Auch wenn er hier hoch fährt. Aber er fährt bitte nicht zum Görlitzer Bahnhof. Und dann er fährt zum. Nörrach Burg. Nörrach Rathaus oder wo ist es das nächste? Gut. So fahren wir mal los. Dann passt das schon. Hier mal dünn. Na ja. Dann ist das richtig alles. So soll er fahren. Dann kommt er hier mal eine Passagiere vorbei. Da stehen drei Passagiere. Ja. Wir können dann gleich die Kutschen wegscheuchen. Obwohl die würde ich jetzt als letztes wegnehmen wollen. Ja. Da sind überall Passagiere jetzt gerade noch drinnen. So. Er fährt ja immer schon hin und her. Ne. Zum Hafen. Die Hafenlinie. Und hier stehen. Lörach Rathaus, Lörach Rathaus, Lörach Burg. D.h. Ich will gar keiner zum Hafen. D.h. Ausmustern. So. Und der, der jetzt hier zwischen verkehrt. Den sehe ich noch nicht mal. Ist das die Laie Kutsche gewesen? Nein. Oder? Ne. Der ist nur zum Hafen unterwegs. Wer ist denn hier unterwegs? Lörach Görlitz. Ich glaube ich habe die Burg gar nicht angeschlossen mit der Kutsche. Kann das sein? Ja. Ganze Ausmustern, wenn es soweit ist. Jetzt habe ich den minimiert da oben. Das war falsch. Okay. Ne. Der eine ist schon weg. Und hier läuft es ja noch. Hier fehlt mir noch eine Haltestelle. Für die Kutsche. Und. Also was. Das müssen wir hier nicht ausmustern. Der kann nur laden. Der kann gleich da rüber fahren. Äh. Hier mit Briefkasten machen wir da ein. Passt. Und dann brauchen wir eine neue Linie. Pkw. Neue Linie. Rejonalbus. Burgbahnhof. Dann wissen wir schon was das ist, oder? so und dann kann man das schließen und der kriegt die da unten gleich der ist jetzt leer hoffe ich 2 pauschel gehört das rad aus das war nicht laden oder? jetzt fährt er bis dahin hin na super könnt ihr fast schon den nehmen der hier irgendwo aber hier fährt auch keiner kann das sein ist aber nicht schlimm weil jetzt fährt er nicht laden wer ist das das ist der und wer ist das ok das heißt den kannst du auch ausmustern das ist der die kutsche habe ich überhaupt nicht gesehen die muss irgendwo gewesen sein wo sie sich versteckt hat dann Lörrach-Burgen das ist dann ja genau warte was ist denn da drinne 5 pauschel Görlitzburg und dann machen wir da erst nicht laden die soll uns egal ne der vermisst muss das aus was macht er hier 550 fährt er plus ein das ist gut hier unten hat mal drei millionen da sind nur eine millionen das ist schlecht mal gerade schneller sagen wir mal 27. juli in der zug fährt 537 ein ok 469 und das ist jetzt der 31. ok ist der erste zug der plus macht machen wir gerade Pause machen wir gerade Fahrzeugliste machen wir gerade Gewinn und ok der macht Gewinn dieser Zug ah der hier im Bramsche fährt der ist schon fast bei null ok der Rest ist alles Minus naja werden wir sehen dann Pause wieder raus fährt da vorne schon lang der fährt gerade aus und der biegt ab so jetzt müssen wir gerade noch gucken wieviel stehen da neun Passagiere na super so er fährt da jetzt rum und hat nicht geladen ne ne hat er nicht kriegt jetzt auch einen anderen Fahrplan dann ja auch auf Burgbahnhof war das und dann Stadtbus Burgbahnhof das muss ja ganz oben gewesen sein irgendwo warte mal war das Regionalbus äh Görlitzburg Bahnhof der ist es fahren wir weiter und zeigen wir deine Fracht Görlitz-Wald Bahnhof fährt er jetzt das heißt fahren wir gerade da hin dann kannst du nämlich Sachen holen noch weil da stehen nämlich noch neun Personen Fahrzeugdetails kannst du laden ja kannst du laden darfste laden vor allem jetzt passt das oder so er hat hier wieder Mieser aber das wird sich auch wieder relativieren die Kutsche die eine ist schon weg und wir müssen dann anfangen hier Häuser auszubauen sehe ich gerade schon so er hat jetzt packt jetzt hier die ersten ein das ist schon mal gut das heißt dieser Bahnhof wird demnächst auch bevölkert werden das läuft dann oder hier stehen auch schon die ersten Passagiere hier stehen auch schon die ersten Passagiere Görlitz-Rathaus über Waldbahnhof hier sechs Passagiere sind da schon mal die zu Burg da wollen das ist auch gut hier stehen auch einige ich glaube das Ding läuft schon wo ist die Eisenbahn da 505 505 wie viel hat der 550 ich glaube der fährt sogar besser wie der hier unten das wird dann auch ins Plus kommen und hier müssen wir natürlich Stadtbus machen gut da können wir den ja gleich schon umfunktionieren dann aber ich würde sagen das machen wir in der nächsten Folge ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keine Woop macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an damit ich das nächste Video hochlade gerne Kommentare schreibe und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao